Geht jetzt oder? Das geht nicht. Ich habe keine Lust, noch mal eine halbe Stunde alles extra rumzuprobieren. Die Zeit habe ich heute nicht. Eigentlich doch, aber die Zeit habe ich heute. Die Zeit nehme ich mir heute nicht. Das trifft es, glaube ich, am besten. Ja, ich bin erwachsen. Nein, warte, lass mich die Aussage noch mal korrigieren. Ich bin über 18. Sagen wir es doch immer so rum. Das trifft es, glaube ich, eher. OBS, willst du kurz noch mir das so... Warum steht da immer noch Test? Aaaaaah! Aaaaaah! Ah, egal. Ich trau dir kein Stück. Ich trau dir immer noch nicht weiter, als ich werfen kann. Ich weiß wie. Inzwischen weiß doch eh jeder, dass das Vieh böse ist. Ich weiß es nur noch nicht offiziell. Inzwischen ist das kein Plottist mehr. Außer für mich. Aber ich weiß gar nicht, ob ich OBS so klein bin. Ja, das Bild kleiner, weil das Bild sehe ich ja, dass es gut ist. Ich möchte hier, dass ich meine Soundspuren notfalls sehen kann. Das Drop ist aus. Dann sollte man es auch nicht hören. Ich höre jetzt halt keine Follow-Nachrichten und sowas. Aber das ist ja im Moment eh noch nicht so groß, das Ding. Wollen wir noch auf Eis? Ja, ich glaube, da hat man sich als nächstes hin, ne? Wird das hier 100% schon? Ach, ich erinnere mich. Oh Gott, das war peinlich. War auch nur ein bisschen. Das war schon ein großes bisschen, ne? Das war schon sehr peinlich. Oh, wir sind ein Winterwunderland. Oh, da ist eine Piranha. Ich habe da nicht gerade wirklich eine Piranha-Pflanze gehalten. Bisschen gefrorene Milch. Jam, jam, jam. Warte, ich will mich auch nie entlegen und schlafen. Das war jetzt mal eine Runde. Aha. Wird nicht, wenn das Universum gestört ist. Dann komme ich wieder. Okay. Warte, ich will... Komm, noch mal. Der gibt mir nichts. Und der gibt mir Eis. Ach, jetzt steht es da. Aber nee. OBS ändert das halt nie. Das kostet mich so. Das ist immer nur das vom letzten Stream. Warum will ich wissen, was der letzte Stream war? Boah, ich hasse es, dass es hier lädt. Ich habe 100% schon was übersehen im ersten Bereich. Ach, Menno. Ich weiß auch nicht, ob ich es lieber so spielen will, dass ich erst mal das Spiel durchspiele und danach erst alles sammle. Ob das nicht sogar interessanter ist. Ey, also für den Killcard, den kann ich jetzt wirklich nicht von dem Typen da hinten. Der ist jetzt wirklich einfach in den Tod gerannt. Boah, ich habe ein Eis zum Essen gefunden. Welch ironie. Und ich habe den Eisgegner eingefroren. Das könnte eine Aufgabe in dem Level sein. Friere 20 Gegner ein oder sowas. Oder friere den Großen hier. Aua. Ein. Irgendwie sowas vielleicht. Wenn ich ein Entwickler wäre, was würde ich da rein machen? Ja, wahrscheinlich irgendwie sowas, das richtig Arschloch-mäßig ist. Sind wir mal ehrlich. Die Leute werden es halt sowieso finden. Also nicht unbedingt Arschloch-mäßig von schwer, sondern im Sinne von Arschloch-mäßig versteckt. Oder das ist halt irgendwie andere. Ich weiß, ich denke da manchmal wirklich nach, was ich für Secrets mag und welche nicht. Ich gebe zum Beispiel diese, ich nenne es jetzt immer, das ist ein Treibsand-Secret. Aber das haben auch andere schon gemacht, dass man dem Treibsand einfach lange stehen muss. Damit da... Also es ist schwierig, an dieser einen Stelle zu sterben. Und deswegen ist es ein Secret. Moment mal. Das hier ist Sass. Das ist sowas von Sass. Ha. Yay. Eine Loot-Kapsel. Wäre das Spiel von EA, müsstest du für die Dinger zahlen. Und du würdest einen im gesamten Spiel kriegen. Pro Spielstand. Und jedes Mal kein Pop-up, dass du neue kaufen sollst. Just saying. Weißt du, Panora wäre schon cool, ne? Bestimmt irgendwo anders nochmal als wieder in dem Level. Hier oben ist auch noch was anderes. Lettere auf Züge. Oh Gott, ich habe bestimmt schon einen Zug übersehen, ne? Ich habe 100 Pro schon einen Zug übersehen. Das ist doch jedes Mal so ein Spiel. Ha. Ha. Ich möchte halt auch mal Spiele durchkriegen. Deswegen, glaube ich, mache ich jetzt... Es ist wirklich so, dass ich sage, ich... Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Okay, ist auf meinem Welt. Ich bin jetzt, ey. So funktioniert die halt nur wieder. Grinspiel-Logik. Okay, den muss ich 100 Pro einführen oder sowas. Weil soll ich die kleinen Gegenden ihn bauen? Vielleicht ist das die Lösung. Hä? Moment. Ja. Oh. Da war ja... Da war ja nicht mehr Stage. Ne, scheinbar nicht. Wahrscheinlich ist die Aufgabe gekommen. Komm hier mit einer Feuerfähigkeit rein und schmelze alles entgegen. Oder so. Ich könnte hier den Hammer kriegen, aber ich bleib erst mal beim Eis. Aua. Ich habe ihn geschutzt. Das letzte Mal. Sehr schön. Das ist jetzt natürlich schon verführerisch, wenn das Spiel hier sagt, ich nehme den Hammer, komm. Ah, hier ist der nächste Zug. Ich mag Züge. Ich wollte gerade sagen, das ist das Achievement. Ja, Geld, 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 Geld. Alles mein Geld. Wofür braucht Kirby eigentlich Geld? Er nimmt sich einfach alles, was er will. Kirby ist so stark, er braucht kein Geld mehr. Wie ist das Konzept von Geld? Das ist doch gar nicht sinnvoll. Trotzdem sammelt er es alle. Kapitalismus. Das möchte uns das Spiel damit sagen. Ich höre schon auf. Ich habe bei Spider-Man genügend Kunst interpretiert. Ja, ich habe zufällig die Stelle wieder gesehen, malgrat, als ich gerade durch die Aufzeichnung gegangen bin. Stimmt hier was für... Haben wir die Nägel da rein? Ist das Aliens oder so? Das Plakat. Hier ist ein Plan davon. Wahrscheinlich muss ich den auftauchen mit der Feuerfähigkeit. Ah! Wahrscheinlich der vierte, ne? Ja, okay. Okay, ist der erste. Zumindest eine gute Nachricht. Ich hoffe mal, dass es jetzt von der Lautstärke her eher passt. Bei Chris hat ja irgendwie ich weiß, wie du da war, habe ich in der Auszeichnung lang gesehen, dass ich zu laut war und das Spiel zu leise. Dabei war es genau andersrum. Also Wahl, die Einstellungsgieße hatte wahrscheinlich ganz gut. Ich glaube, jetzt ist es auch ungefähr wieder so, wie sie vorher war. Das kommt mit der Zeit. Mein Plan ist jetzt einfach... Ich weiß nicht, ob ich täglich schaffe, aber zwei bis dreimal die Woche sollte klappen, zu streamen. Und dann ist das mit dem Sound irgendwann gelöst. Das ist dann so Detail-Sache. Und hier habe ich jetzt Knöpfe in der Wand, um mal zu kommentieren, was ich hier tue. Jetzt drücke ich den Sprungknopf. Jetzt drücke ich den Angriffsknopf. Jetzt drücke ich den Sprungknopf. Jetzt realisiere ich, dass ich da nicht hochkomme. Deswegen drücke ich jetzt den Sprungknopf zweimal, um den Doppelsprungmodus zu gelangen. Jetzt drücke ich wieder den Angriffsknopf. Boah, wäre das ein furchtbares Let's Play. Aber oh mein Gott, würde ich es gerne mal sehen. Einfach für die Erfahrung. Ich bin die geheime Wege in 1 bis 2. Es gibt also geheime Wege. Da ist schon mal so ein Ding an der Wand. Aber ich will das drücken. Ah, okay. Ich sammle hier drei Post-Schlitter wieder. Aua. Boah, jetzt wo ich es ausgesprochen habe, ich möchte eigentlich von Zelda 1 oder 2 mal eine Remake haben. Gerade das in Breath of the Wild ist ja bis zu einem gewissen Grad schon Story mal abgesehen, aber so von der Welt her. So ein modernes Remake. Nicht einfach nur neue, also die Ideen und die Mechaniken halt Remagining ist glaube ich das beste Wort, was ich dafür suche. Nicht den alten Code, nicht neue Grafik hübsch, sondern wie würden wir das jetzt nochmal machen? Wenn wir dieses Spiel heutzutage machen wollen. Ah, ich sollte dann Ah, Kami, geh weg! Oh Gott, das war krass. Ne. Ne. Wie würde dieses umhüpfen da und nicht rauskommen? Ah, Kaffee und Milch und es sind jetzt zwei. Okay, bislang läuft es noch gut. Aber warum sage ich das? Ich weiß genau, dass es dann losgeht. Gleich finde ich wieder gar nichts und davon jede Menge. Hier ist das Level gleich zu Ende und ich denke mir, hey, wo war alles? Gott, und ich bin jetzt bei diesem Spiel halt echt Paranoia, ne? Hier ist wahrscheinlich der zweite Zweige. Oh, guck mal, hier ist ein Schläfer. Oh, ich möchte ihn nur ganz sanft töten. Bäh! Das Spiel ist toll. Entweder es macht Gewalt Fantasien oder es hilft dabei. Was will ich jetzt? Ich mag das Ding nicht. Es ist zwar cool, um verwundbar zu sein, und die Musik ist super. Mein Problem ist aber, man rennt dann zu schnell durch und ich weiß nicht, muss ich durchrennen oder soll ich eben nicht durchrennen? Wahrscheinlich will man eher nicht durchrennen, ne? Vielleicht die Musik können wir noch einen Ticken lauter machen, aber ich habe Angst, dass es dann wieder halt. Und ich will dann nicht, dass es halt. Und ich möchte mit denen einstellen jetzt einmal das Stream testen, dann gucke ich mir das an, dann endere ich es nochmal und dann mache ich den nächsten Stream dann damit. So ist jetzt meine Taktik ungefähr. Moment, hier kann ich auch, äh, nicht von der Seite. Kann ich aber auch die anderen? Das war gar nicht mein Sprungklopft, hier wäre Gewalt in einem Curvy-Spiel. Ne, ich glaube, da kann ich nicht lang. Zumindest soll ich da nicht lang. Vielleicht kann ich ja da lang. Das ist jetzt hier ein Lautsprecher, aber dann ist das trotzdem der VLC-Media-Player. als Fähigkeit sieht es fast so aus hier. Ja, wie nenne ich ihn denn jetzt? Das ist jetzt nicht mehr der VLC-Media-Player. Das ist ja ein Lautsprecher, ne? Ich kann die jetzt eigentlich nicht mehr VLC-Media-Player nennen. Hm. Das ist eine coole Idee, dass man dieselbe Fähigkeit jetzt mit anderen Sachen bekommt. Das es halt nicht nur mit einer Pylone ist, sondern mit, äh, oh Gott, ich denke, guck mal, ob ich es geschafft habe. Sondern mit, äh, mit einem Mikrofon jetzt. Megafon, nicht Mikrofon. Verzeihung. Ich gelobe Besserung. Aber da schreibe ich noch ein, da schreibe ich noch ein. Und wie? Siehst du nicht? Ah, ich kann, ah, ich kann hier sogar. Ah. Ich dachte, das ist eigentlich um sich zu verstecken, aber nee. Scheinbar ist hier ja noch eine ganze Menge. Ah. Und der letzte Waddle-Dee. Waddle-Dee, 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 Waddle-Da. Und hier ist noch was. Ah, nochmal. Sehen nach, was ich im Vollkontainer will. Hab ich? Ein Geheim, nee, ein Gehammerung habe ich. Wie zu, glaube ich? Ich glaube, ich habe alles. Ich habe erst, glaube ich, das würde das geile Geister-Level sonst im PS2 geschafft. Alles andere habe ich das Level immer nochmal neu starten müssen. Ich meine, die Level sind gut, ich habe damit kein Problem, die nochmal zu spielen. Im Gegenteil. Eigentlich würde ich lieber nochmal neu spielen, aber ich will nicht immer nach irgendwas suchen müssen, was ich mir empfehle. Der Spiel, an sich ist nicht das Problem. Also so lange her bei mir, ich würde gar nicht, wenn du mir jetzt ein Alterslevel geben würdest, würde ich es wahrscheinlich lange Zeit nicht erkennen. Es sei denn natürlich, gut, wie du es halt noch ein bisschen abänderst. also wenn du das letzte Eis-Level nimmst und du es, keine Ahnung, dschungelbasiert machst, ich würde wahrscheinlich nicht mal merken, dass es dasselbe Level ist. Oder spiegle es am besten noch dazu, dann fällt es mir nicht auf. Ja, glaube ich habe alles. Yay! Nice! Ich kann es also doch, ja, ich kann das Spiel für sechsjährige hören, amputierte Idioten immer noch spielen. Wow! Welch ein Talent! Nicht die, die neu. Aha. Die klingen so lieb und freundlich. Die sind 100 pro das ultimative Böse, dass ich schließlich den Kirby spielt. Ich traue hier niemanden. Niemanden! Ich warte noch, ob das Kirby spielt, in dem Kirby der Willen ist. Das wird eines Tages passieren. Das wird super. Freue ich mich dann drauf. Ja, die hilft zwar nicht später vielleicht irgendwann mal. Ich fühle mich im Moment noch nicht schwach genug um, die man zu machen. Bora. Und Entdecker. Ich mache erstmal die normalen Level jetzt. Oh, das sieht wieder wieder nach Brennbahn aus. Ja, bin ich jetzt mal gespannt. Uh, windig hier. Ein bisschen frisch hier. Oh, ich... Oh, die Leute sind 4000 Grad. Gefühlt. Kommt da ungefähr hin. Oh, das ist schon starker Wind. Steht eine Menge Wind um nichts hier. Und hier geht er schon wieder in die andere Richtung. Welche sind aber auch sehr extreme Weckerbedingungen hier. Ich glaube, ich bleibe erstmal dran. Der ist gar nicht so verkehrt hier. Der ist ein Bulle. Der war ein Bulle. Gott, das Level spiegt man nicht einfach von selbst. Das fand ich, dass man immer in die Richtung geschoben wird. Will ich Feuer mitnehmen? Das ist schon der zweite Feuer-Type hier. Ah! Bin ich hier lang oder bin ich... Ich glaube, hier soll ich lang. Da ist nix. Da ist nix. Das irritiert mich, da ich noch nix gefunden habe. Ah, ich soll hier wahrscheinlich beim Wind springen, hätte ich jetzt gedacht. Ah, ne, hier soll ich einfach springen. Okay. Blatt. Warte, die Röhre ist auch blatt. Da kann ich, ne? Und der fünfte war die Lieder, ne? Ne, okay. Dann nehme ich jetzt die Lieder. Ich nehme die Sachen mit, wenn sie hier liegen. Weil meistens wollen die Entwickler einem damit ja doch helfen. Zumindest eher helfen sie ein, als dass sie einem da ab sich was Falsches geben. So arschig sind sie dann doch nicht. Du wirst bis jetzt noch nicht. Pass auf, im letzten Level machen sie oder ganz letzten Welt machen sie sondern sind absolut nicht mehr gewohnt. Hier ist doch noch was. Ah, okay, eine Kapsel. Ich meine, besser als nichts. Auch wenn man auf die Kapseln eigentlich scheißen kann, aber... Mäh. Ich will nicht auf die Kapseln scheißen. Vielleicht sind die ja doch irgendwann mal wichtig. Da unten sieht mir schon irgendwie so aus. Die ganze Wand hier, die kann man doch kaputt machen, wenn man hier festgelegt drauf springt. So, wo ich jetzt Top-Lineo oder wie das Boot auch noch immer hieß. Das ist aus Alioula, das Vieh. Ja. Mann, das Eisenfass ist schon das gefährlichste, so, ob ich da reinfalle. Ah, das Boot fahrt. Nee. Könnte ich nicht irgendwie mich vollstopfen mit dem Boot? Ach nee, das war nicht mit dem Boot selber. Ja genau, da unten jetzt sehe ich den... Ach so, da unten ist der Ring und mit dem soll ich dann... Okay, okay, ich hab's gecheckt. Ja, dann hat's auch endlich begriffen. Wir können weitermachen. Hat auch nur viel zu lange gedauert. Ach, die Gegner sind sogar schon wieder gespawnt, solange ich gebraucht hab. Das sind Schildkröten-Gegner, glaub ich. Was sagt das über mich? Oder sind die neu gespawnt? Hui. Ach, ich sag doch, die Wand geht kaputt. Die nächste 3-Malzeit noch vor... Okay, okay, aber da ich jetzt erst angefangen habe, muss das die erste sein. Na gut. Also wieder Essen finden. Das Problem kenn ich mit dem Essen finden. Na, nerven. Man, früher waren die echt mal gefährlicher. Dass man die nicht einfach töten konnte. Da ist was. Essen! Om nom 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 nom. Dann hier durchbrechen. Versuchen wir das Boot so lange wie möglich zu verhalten. Da hinten ist ein Waddle-Dee. Hier kann ich raus, aber ich will noch nicht raus. Hier kann ich auch raus. Das ist jetzt natürlich die Frage. Wo ich lange will. Hier geht's weiter, denke ich mal. Zumindest der Stern ganz stark danach aus, der Warp-Star, der da ist. Ich hoffe mal, die Hose geht da noch weiter. Dann gibt mir der Pumlin auch Eis. Ne. Gibt mir auch Eis. Ah, ich brauch den noch. Okay. Der Igel kann da liegen bleiben. Hätte mir egal jetzt. Also, ich dachte, das wäre geteilt. Der muss noch beeilen. Aber scheinbar habe ich alle Zeit der Welt dafür. Oder zumindest mehr als genug. Oder auch nicht. Ah, ne, hier ist er. Hier muss ich rein. Okay. Ne. Komm mit. Nummer 2. Ich hoffe mal, dieses ganze Brotgedunst geht dann im nächsten Abschnitt noch weiter. Ach nee, warte, da war's. Okay, dann habe ich es. Dann habe ich alles. Dann ist mir das Brotgedunst jetzt egal. Dann kannst du zur Hölle fahren. Du kannst bleiben, wo der Pfeffer wächst. Das Spiel ist aber echt hübsch. Was sieht man, dass ich in der... Oh, ich will Feuer haben. Hier im Eidler will ich Feuer haben. Das klingt nach mir. Das ist halt voll hübsch. Sieht man das von der Aufnahme? Muss ich gerade mal selber gucken. Ah, ja, geht. Ich habe gesehen, das sind ja auch noch nicht ganz so hübsch wie auf der Switch selber. Aber da hat man ja immer noch ein guter Spiel zu spielen. Das ist ja auch okay. Und natürlich die Interaktion, die man selber machen kann. Doch, schade. Das Spiel spielt sich jetzt von selber. Kirby wins by doing absolutely nothing oder so. Nein, äh. Oh, ich habe eine Eis-Innerblume gefunden im Eis-Level. Eine Eisblume. Oder so. Ah, okay. Lampen anmachen. Schon gesteckt. Hä? Hä? Wofür habe ich die jetzt angemacht? Es kam kein Achievement, kein Nix. Ach so, der hier unten ist wahrscheinlich aufgegangen, ne? Ach, fick dich doch, Spiel. Doch, so. Wo soll denn hier noch was sein? Kann ich auch nicht zurück, ne? Eisdreck. Oh, doch, doch, doch. Es dauert nur eine Stunde. Derzeit bin ich, glaube ich, schnell, wenn ich das Level nochmal neu starte. Ich will nochmal gucken. Man wird hier so schnell weggeschaut. Ich hätte wahrscheinlich ganz am Anfang gleich nach hinten gehen sollen nochmal, ne? Langsam werden die Entwickler echt arschig. Ich meine, noch schlimmer wäre es, wenn du nicht zurückgehen könntest. Lieber soll es lange dauern, als dass es gar nicht geht. Außerdem habe ich jetzt so alle Zeit der Welt, um mich hier auch nützlich umzugucken. Und auch nach links und rechts zu gucken, wo hier was ist, das Wasser im Boden genießen, weil das auch so schön mit den Eisschollen da drin ist, die so einzeln sind. Das Spiel ist wirklich hübsch. Ich bin überrascht, dass es so hübsch ist. Und ich habe nicht mal den besten Monitor dafür, uns eigentlich zu genießen, aber selbst auf meinem Shitding sieht es gut aus. Und ich glaube, den habe ich auf der Straße gefunden. Das ist nicht mal der erste, das ist das Traurige daran. Jemand ist dafür bezahlt worden, diese Ketten hier, und so hin zu machen, dass man sie sehen kann auf dem Rückweg. Das ist schon irgendwie cool. Jetzt finde ich das, was auch so geht. Reiche hier hinten. Nicht hier weiter. Er muss ja hier sein. Im vorigen Bereich war ich ja durch. Ich seh hier auch schon wieder nix. Ach, Menno. Was soll das denn? Warum fehlt mir denn immer irgendwas in dem Scheißspiel? Nee. Komm ich da hoch? Ja, aber will ich da hoch. Ehrlich, ich frage. Nee, so. Ah, Schatzkarte. Oh ja, mein Feuer ist ja noch nicht stark genug, aber Powered genug. Nein. Ich glaube, Drache war sogar ein Trailer noch. Ich glaube, ja. Ah, Gott, ah, ich gehe hier nicht ran. Leiter und Feuer. Und jetzt verfolge ich das mal. Wenn ich es kann. Das habe ich nicht gesehen. Wo ist es? Ich glaube, da links. Ich glaube, das hier ist aufgegangen. Das ist also der Geheimraum im Untergrund. Der legendäre Geheimraum im Untergrund, von dem ich schon so viel gehört habe. Das erste Mal, als ich vom Geheimraum im Untergrund gehört habe, war, als der unten rechts in der Ecke stand, finde den Geheimraum im Untergrund. Boah, langsam wird es schwer, dieses Bit. Ah, also so funktioniert der Geheimraum im Untergrund. Man muss das Seil anzünden, das im Geheimraum im Untergrund hängt, und dann mit diesem Wagen vorbeifahren, und damit das Rätsel des Geheimraums im Untergrund zu lösen. Boah, das ist aber ganz schön knapp, das Rätsel hier im Geheimraum des Untergrundes. Und hier ist der Waddle-Di aus dem Geheimraum des Untergrundes. Also der zweite Waddle-Di aus dem Geheimraum des Untergrundes. Na, der erste Waddle-Di des Geheimraum des Untergrundes bekommt man, sobald man den Geheimraum des Untergrundes betritt, als ich hier reingefrungen bin, in den Geheimraum des Untergrundes. Ah! Nächstes Mal suche ich mir ein einfaches Bit aus und mache. Ach so, ich muss die erst mal drücken. Hey, drücken. Whee! Wer hätte mich fast totgestürzt? Ah, jetzt muss ich nur einen blöden Waddle-Di wiederfinden. Wahrscheinlich war er doch irgendwo bei dem Boot. Wegen dem ja einen scheiß Waddle, die machen jetzt das ganze Level nochmal. Ah, was ein Arschloch. Ich hoffe, der weiß, dass ich ihn von ihm halte. Dö, 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 dö. Was, finde die windgeschützte Höhle? Okay. Also wir müssen nicht nur wegen dem einen Arschloch-Waddle liegen da rein, sondern wegen der Höhle auch noch. Ist das jetzt, habe ich jetzt zweimal dieselbe Statue bekommen? Ich habe gerade echt nicht aufgepasst. Ich wollte gerade sagen, warum steht denn bei den Bezeichnungen von Twitch da Open World und so? Aber das ist ja, das ist ja curvy. Aber er zeigt mir noch Spider-Man an. Daher verstehe ich, warum da Open World steht und Stealth oder so. Das ist ja nicht komplett falsch. Darf ich jetzt wieder rein? Ich will nämlich die ganze Zeit sagen, Geheimer Raum des Untergrundes. Ich habe diesen Bit zu sehr übertrieben. Das war ein Fehler. Das war ein eindeutiger Fehler. Warte, windgeschützter Raum. Moment. Das könnte ja auch schon hier sein, ne? Windgeschützt heißt für mich, von da bläst der Wind. Was ja bedeutet... Oh Gott, wie war das? Das ist die Windrichtung, die Richtung, was die in der Wind kommt. Kommt oder die abbläst? Ich glaube, es ist die in der die abbläst. Glaube ich. Ich habe dafür noch keine Ahnung. Ich weiß doch sowas nicht. Ich habe einen Realspielabschluss. Das muss reichen. Das reicht aber scheinbar nicht, um zu wissen, welche Windrichtung Worte ist. Weil Speedman von dem Spiel ist bestimmt auch voll cool. Ich stelle mir das schon echt cool vor. Gerade wenn man diese Abschnitte einfach überspringt. Dann kriegen wir das Spiel bestimmt den... Oh ja. Puh. Keine Ahnung. Ach fuck. Egal, ich habe das ja schon. Also ich kann sogar noch mal holen. Ich hätte jetzt gedacht, sie sind so arschig. Aber nein, okay. Die geben dir wirklich da noch mehrere Chancen. Das ist ja fast schon wieder zu sozial. Das ist immer noch ein Kirby-Spiel. Jan, denk dran. Sie gehen davon aus, dass du so doof bist, wie du halt bist. Windgeschützter Raum. Windgeschützter Raum. Wo hinter vielleicht? Äh, jetzt komme ich nicht zurück. Verdammt. Weil hier war ja eh nichts. Weil denn hier der windgeschützte Raum ist. Also die Welt mache ich glaube ich auf jeden Fall noch heute. Hier ist gar kein Wind, ne? Der kann jetzt noch nicht der windgeschützte Raum sein. Und hier... Ne, warte. Wo waren die? Wo waren die? Wo waren die am Ende der Bootsfahrt? Das heißt, vorher kann ja auch noch nichts sein. Ich werde einfach nur die Gegner reinrennen und nach dem Motto halt, die machen mir eh zu wenig Schaden und Heilung liegt ja auch überall. Ich versuche es halt gar nicht erst. Und irgendwann sterbe ich dann und dann denke ich mir auch, ich bin so schlecht, dass ich in Kirby nicht gestorben bin. Und dann spiele ich weiter und er zählt einfach niemanden davon. Warte, ne, warte, der Bootsfahrt, der ging es weiter. Also müsste er ab hier langsam... Aha, ach, schade. Ah, Moment mal, Moment mal. Waddle-Dee? Waddle-Dee? Waddle-Dee! Du bist der Arschloch, Waddle-Dee. Da habe ich dich ja auch endlich. Komm, dann lassen wir uns den windgeschützten Raum suchen. Der war fies versteckt. Zumindest etwas. Windgeschützter Raum, windgeschützter Raum. Also Waddle-Ah, Moment, Moment, das ist anders gemeint. Es ist gemeint, in dem Raum bin ich vor dem Wind geschützt. Das ist gemeint. Ich werde wahrscheinlich hier links oder rechts irgendwo mal lang gehen müssen. Au. Ich habe gerade nur auf die Wände geachtet. Also, ob hier unten irgendwie mal, wo das Gitter dann nicht da ist, wo man dann da durch kann. Ich gucke die Lampen mal wieder an. Das gibt der im Regelfall. Strand sitzen wir jetzt nicht. Hier ist ja auch windgeschützt, ne? Seht ihr das? Das ist ja auch... Ich meine, das ist Raum, so gesehen. Per Definition ist das Raum. Definition für Raum ist natürlich sehr weitläufig. Aber hier wäre auch Raum. Ich bin hier windgeschützt. Mir ist klar, dass das nicht gemeint ist. Aber per Definition ist das Raum. Und da diskutiere ich auch nicht. Das ist Raum. Oh, wozu ein Trick soll der denn sein? Ich muss das Ganze jetzt auch gleich zurücklaufen, ne? Da hinten... Nee, da hinten war ich auch schon. Äh. Da oben, rechts. Können wir da links irgendwo? Ich müsste eigentlich auch mal sehen, langsam. Ja, irgendwo muss er ja auch sein, ne? Okay. Da unten, nein, da unten ist diese... Die Höhle mit dem blöden Namen. Äh, jetzt kann ich nicht einfach... Auf einmal kann ich nicht so hochspielen, natürlich. Ich habe jetzt aber keinen windgeschützten Raum gesehen. Hm. Na gut, dann komme ich mal ein anderes Mal wieder her. Und dann sehe ich ihn wahrscheinlich sofort. Ach, dann kommt die Kapsel, nehme ich mal mit. Ich habe jetzt nämlich keine Lust, das Level wieder fünf Stunden lang abzusuchen. Für so einen blöden Vanillie. Der kann zur Hölle fahren von mir aus. Ich habe mehr als genug. Ich habe wahrscheinlich jetzt schon genug, um das Spiel durchzuspielen. Es wäre mal interessant, wie nur die Level Speedrunnen ist. Aber nee, die letzten Speedrunninger machte ich auch schon nicht mit dem Auto. Das waren wir auch schon zu knapp. Weil die sauknapp waren. Zumindest für jemanden wie mich, der nicht mit Speedrunnen auskommt. Da gibt es bestimmt nur Mittel und Wege, die noch einfacher zu machen. Aber ich habe doch die Blaupause für das Drachenfeuer. Wie komme ich? Da war dann die Stadt. Genau. Oh, wir haben Wasser gelassen. Wasser. Irgendein blöder Spruch ist da. Ich finde ihn nur gerade nicht. Wir haben da einen Fluss gemacht. Ein See. Ein Teich. Oh, das Angelmähn ist mir aus dem Trailer. Stimmt. Stimmt. Das hatte ich schon komplett vergessen. Die Stadt wird natürlich größer. Das verpatze ich halt ein bisschen, was ich hier wieder nicht auslasse. Dann wiederum denke ich nicht, dass es da was super Wichtiges geben wird. Da, mach mal. Hoffentlich habe ich genügend Scheiß dafür. Drei und 800 Geld. Ja, jetzt kannst du den haben. Reicht noch. Ich kann sogar nochmal machen. Los. Mach mich noch stärker. Ich bin ja doch viel zu schwach in diesem Spiel. Ich nehme ja noch Schaden. Das muss aufhören. Ich möchte so stark sein, dass ich gar nicht mehr als Schaden nehmen kann. Das ist halt so richtig Anime. Das sind aus wie Ridley, ne? So, sein Fuß und die Flügel. Ridley ist ja auch irgendwie Drache. Oh mein Gott. Lamm des Todes. Oh, das ist wie bei Hunde, man. Das hört nicht mehr auf zu brennen. Du brennst für die Ewigkeit. Ich bin der Gute übrigens in dem Spiel, ne? Das ist nur mal zur Anmerkung. Offiziell ist Kirby der Gute. Wer ist klar? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das so cool. Oh, ich liebe es. Oh mein Gott. Wee. Halt die Schnauze, Elphine. Oh, Elphine. Oh, my God. Ich bin ein fucking Drache. Wee. Wee. Ich bin gekommen, um euch zu zerstören. Wir spielen... Oh, die Apewanderdie. Wir spielen jetzt das Intro von Skyrim nach. Ne, warte, ich verbetrache da nicht. Wie war das denn? Verbrenn... Ja, ich verbrenne dein schönes Buch. Ja. Oh, ich möchte in so einen Kirby-Simulator, wo man einfach in die Stadt einfällt und einfach alles töte. Warte, das macht mir die Kirby sowieso schon. Ach, der hat also mit 300 den größten Fisch gefangen. Das ist mit dem Heißkopf, den wir ihn kaputt machen. Erst bringen wir sie körperlich um und dann mental. Drück gegen den richtigen Knopf. Weißt du natürlich an, welchen Knopf angewöhnt? Drück gegen den richtigen Knopf. Also kriegt kein Event. Sag das doch. Fängst du mehr auf dich in Folge und weißt nein, größer an. Tür nicht! So funktioniert Angeln. Je mehr du fängst, desto größer werden. Auf allem in Folge. Ja, natürlich. Genau so funktioniert Angeln. Weiß doch jeder. Sind das schon 300? Das ist halt wirklich schon die Hälfte. Ich dachte, das wäre jetzt so fröhlich oder so. Jetzt können sich auch noch mehrere mal. Jetzt wird das auch noch nicht ganz sein. Ja, guck. Wir haben schon den Rekord von dem Loser gebrochen. Was ein Opfer. Was kann der eigentlich? Der Zweite bin ich nicht mal gehört. Schau dir das auf. Da habe ich was da des Höchstes, was man haben kann. Ich liebe Curbys Animationen, aber ich kann gerade nicht drauf achten. Es gibt bestimmt irgendwo ein Maximum. Alter, wie hat der es geschafft, nur 300 zu angeln? Was ein Loser. Ich stürze eher, dass es so lange dauert bis zum nächsten immer. So, ist das jetzt schon ein Rekord? Wie lange geht das jetzt? Na jetzt mal, wie lange geht das? Nee, der letzte war 800. Äh, äh, 8000, ne? Da habe ich ja bereits gewonnen. Warte mal. Sollte die, vielleicht hört die Folge ja auch nicht auf. Ja, ach, okay, dann... Ach, das ist ja auch noch mal eine Zeit, verdammt. Achso, die Zeit hat damit glaube ich auch zu tun. Das ist heute nicht der 6.6. Nicht wundern. Es ist auch nicht 0 Uhr 34? Ah, schade, schade, schade. Äh, das hat andere Gründe. Die erfahren wir vielleicht auch mal, aber dafür muss sie erst mal fertig werden. Ich will hier alles abkacken. Ich will, das soll so sein. Es ist bei mir seit 2 Monaten der 6.6. Hui, es ist so gut, ich liebe es. Wenn man jetzt noch länger damit umfliegen könnte. Damit eigene Fluglevel oder so. Ich will, dass Kirby auch noch Spyro gleich mit beinhaltet. So, dann auf zum nächsten Level. Scheiße auf die letzten Waddle, die wird zur Hölle fahren, seinen komischen Geheimraum, seinen mitgeschützten Raum. Der ist Wind und Kirby sicher. Einen müssen wir ihrem Leben lassen. Weil jemand muss ja von den Geschichten erzählen, wie Kirby alle umgebracht hat. Damit der Mythos ja sich verbreitet. Ist das schon der Boss? Nee, der Boss soll mal in der Arena. Ich habe jetzt gerade nicht den Levelnamen geliehen. Nee, das sieht dann fast aus. Und dann tatsächlich, ich bleibe lieber bei Feuer. Auch wenn ihr beide Projektile habt, aber ich kann da zu fucking kriegen. Wahrscheinlich muss ich nicht nur nach Pistole oder sowas drücken, ne? Ah, nee, aber da ist noch kein Problem. Moment, da muss ich bei mir einfach nur noch die Rückseite und dann bist du ein bisschen gestorben, ne? Ja. Mein Schwert ist auch cool, aber ich habe jetzt Feuer. Ich bin jetzt der Feuergott hier. Auch mit Internet ist auch nicht schlecht, aber nee, ich bleibe bei Feuer. Das ist ja alles. Also an Fähigkeiten mangelt hier gerade nicht in dem Level. Da ist der VLC-Media-Player wieder. Ach, Moment. Moment, das muss ich glaube ich teilen. Ach so. Ach so, das ist natürlich. Das kann man nur mit dem Schwert kaputt machen. Nicht mit dem Höllenfeuer. Das funktioniert nicht. Logisch, ne? Aua. Oh, der fällt länger, als ich dachte. Okay. Ich nehme mir einfach so mit. Das ist glaube ich das Vereinfachste. Du darfst lehnen. Wie gesagt, einer muss ja die Storys erzählen können. Einer Pro Rasse. Oh, hier ist Kirby verboten. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob das Schild Kirby jemals abhalten wird. Es wäre schon lustig, wenn Kirby sagt, oh, hier bin ich nicht erlaubt. Na gut, dann gehe ich wieder. Das ist das einzige, was Kirby eigentlich stoppen kann. Das Schild Kirby muss draußen bleiben. Ah, vier Gesuchte. Okay. Ich hoffe mal, das war das Erste. Ich hoffe es einfach mal. Jetzt bin ich doch Meta Knight. Tatsache ich doch, ich will Meta Knight nicht und jetzt bin ich doch wieder Meta Knight. Ist das hier ein Boxwatch? Wie guckst du mal Boxwatch aus? Bayblade, Bayblade, let it rip. Bayblade, Bayblade, let it rip. Bayblade, Bayblade, let it rip. Let it rip. Bitte, ich weiß, wie dieses Lied geht. Ich habe absolut die Höchste von dem Kopf. Aber ich weiß gar nicht, habe ich denn keine Bayblade jemals hochgeladen? Ich glaube das nicht, ne? Ich habe die Datei noch. Die ist halt acht Stunden lang und ich habe keine Lust, da immer was einzeln durchzugehen, aber ich habe sie auf jeden Fall noch. Die hebe ich mir auch auf. Die ist mir auch wichtig. Ich sollte sie vielleicht etwas zuschneiden, aber an sich ist mir die wichtig. Äh, du warst Wind, ne? Ah, ich bleibe bei Meta Knight. Okay, ich glaube, ich habe das Prinzip schon verstanden. Das ist ein Boxwatch. Hier ist mein Geheimraum und im Geheimraum ist wahrscheinlich hier ein Gesuchtpoaster, ne? Na, Spiel, ist es das, was du mir sagen willst? Ah, ich brauche Wind. Zum Glück geben sie mir die Fähigkeiten auch nochmal, würde ich sagen. Ich will die nicht. Zum Glück sind sie so fair. Das wäre sonst echt ein bisschen arschig. Hab ich den Wind verbessert? Der kommt mir auch nicht. Ich erinnere mich nicht dran, den verbessert zu haben, aber scheinbar habe ich den verbessert. Wenn ich den normale Wind. Ah, jetzt ist hier alles höher. Nein, ne. Ja gut, dann habe ich jetzt den Wind nicht mehr. Egal. Ach, komm schon. Das ist jetzt schon ein bisschen peinlich, ne? So ein Blick sieht das keiner. Nein, ich will immer, ich muss Frau ablegen, aber hier kann man ja beides. Auch da auch kein Machen, könnte ich doch wieder fressen. Ich kann mich noch nicht. Ich werde noch ein paar Doten hierhin, weil die kannst du aufheben und dann hast du vielleicht wieder, genau, schon ist sie da voll geheilt. So, jetzt müsste aber nach Reihen von meiner Logik auch wieder hier ein Dings sein. Ein, äh, oder das hätte ich nicht mehr vorgehalten. Na gut. Ein Wanted-Ding. Ja, wahrscheinlich hier oben, ne? Ja. Okay, ich glaube, ich verstehe schon, wie dieses Level funktioniert. Nach dem Letzten kriegen wir dann noch mal ein Waddle-D, wenn wir die alle besiegt haben oder so. Dann kommt das, glaube ich, auch hin. Den lasse ich mal seine Ruhe. Der ist süß. Ey. Ich glaube, ich will sogar lieber den Bombentypen zum Kämpfen als den Wind. Ich mag den Wind, glaube ich, am wenigsten. Ja, Schlaf mag ich mehr. Weil Schlaf ist witzig. Schlaf soll nicht stark sein. Schlaf soll witzig sein. Soll ich noch mal über die Bomben hinwerfen? Ich glaube, dass er stärker ist. Den muss, bild ich mir das ein. Ey, wie muss der nicht Stinkfrüchte hier überall hin? Verstehe. Er hat die ganze Bombe ausgelöst. Das ist meine Verteidigung. Ich bin so unschuldig. Ich bin hier auch nur das Opfer. Aua. Überall wieder Bomben verteilen und er verteilt auch Bomben. Okay, wir haben denselben Gameplan. Ich sehe es schon. Guckt mal, ob der bei einem von beiden mehr Erfolg hat. Wahrscheinlich bei ihm. Oder auch nicht. Ich habe sie ja verstanden. Ich brauche jetzt den Hammer gleich im nächsten Bonusraum. Also, der hinter ist er. Ich brauche den Hammer unbedingt in den Bonus um überhaupt reinzukommen. Das ist auch... Ach! Okay. Okay, so rum halt. Oh, das ist aber... Aber zum Glück ist es der dritte Raum. Da hast du das Prinzip nämlich schon verstanden. Weil wenn du jetzt den Hammer nicht hättest, dann wäre er zurückgehen können. Da war ein Hammer-Typi. Ich glaube ich. Ist aber ganz schön weit weg. Und das auch so gedacht ist. Ja, hier wäre er jetzt. Das bringt ja aber nichts. Aber Kirby, das Gesuchding ist hier. Ich habe es schon gesehen. Ist jetzt wahrscheinlich auch Zeit, ne? Ist hier so schnell? Ja, das ist auch schon. Musik ist aber chillig dafür, dass es auch Zeit ist. Uh, Autofahren. Ja! GT Kirby! Ja! Oh Gott, ist das knapp. Ja, nicht wirklich. Ich glaube, die Dinge bewegen sie einfach nur. Ich hätte auch warten können. Ich würde gerne das Auto jetzt einfach aus dem Raum rausnehmen und damit den Boss bekämpfen. Aber leider haben die Entwickler daran gedacht und die Tür kleiner gemacht. Das wäre so cool. Ich hoffe, man bekämpft den letzten Boss, indem man sich einfach so ein Auto ja, anzieht quasi. Verschluckt. Ich verschlucke sie nicht. Ach, guck mal. Ich weiß nicht, ob ich den so holen soll, aber ich kann ihn so holen. Komm ich jetzt wieder hoch. Oh, tatsächlich. Ich dachte, wir sind einfach tot. Bin ganz ehrlich, ich hatte das jetzt schon aufgegeben. Ah, jetzt kämpfe ich jetzt zweit. Oder auch nicht, weil du ja dieselbe sohn bist. Aua. Ne, verfrugelig. Ich hau dir ja mit dem Hammer auf den Hintern. Das ist mal rissiger Sadismus. Das ist eine Stufe mehr. weil ich glaube, am Hintern hast du ja viel Spektrum mehr kann ich wahrscheinlich gar nicht so viel. Weil das ist ein Hammer. Das ist schon das Zell. Der Hammer ist genauso groß wie dein Arsch. Das würde mir schon gut tun. Das ist dann egal, ob das Punktbelastung ist oder Flächenbelastung. Das macht einfach generell Aua. Und die sind bislang auch diejenigen, die mich am meisten verletzen. Nein, nein. Nein, ich will euch fressen. Jod. Nicht andersrum. Nein. Aus. Hui. Hier hat wirklich was drauf bei denen. Okay, wenn noch ein Boss kommt, heile ich mich nochmal. Ich habe ja noch einen dafür, immer extra. Krache. Ich habe ihn eliminiert. Ich habe ihn seine Atome gesprengt. Uh, ich werde auch stärker. Weil ich noch nicht stark genug bin. Aber ich glaube, ich habe ihn Waddle-Di, ne? Ich habe ihn Waddle-Di. 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 Ich kann das sehen. Ich habe ihn Waddle-Di. Scheißdreck. Oh, ich habe ihn Waddle-Di. Ah, warte, ich sehe es. Ich sehe es. Ich habe es gesehen. Hier an der Seite. Ach, fick dich doch, Spiel. Muss ich jetzt bitte nicht das ganze Level noch? Es gab bestimmt irgendwo einen Eis-Gegner. Da bin ich mir zu... Ah, okay. 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 Hat sich erledigt. Ich frage jetzt wirklich unsicht auf den Eis-Gegner. Das ist wahr. Warte, Eis ist noch normal. Das ist noch das normale Eis. Können wir es? Das wird dann auch der Eis-Vulkan oder so. Weil das hieß Eis-Bärt. Also wie der Typ auch hieß. Vielleicht beruht es auch auf dem wieder. Das kann natürlich auch sein. Ui, ich schieße den mal. Genau, lass den für mich arbeiten. Ah, los Kirby, roll dich. Rollen. Roll, roll, roll. Ah, das ist auch das letzte Waddle-Ding. Das habe ich jetzt eigentlich ehrlich gesagt vergessen. Hey, dann habe ich den Waddle-Ding. Dann haben wir alles, ne? Ich glaube, ich habe alles damit. Der hat da drüben noch Heilung. Die schaue ich ihm nochmal kurz. Danke. Ich weiß gerade nicht sicher, ob man nach dem Level einfach... Oh, Zug auf. Ich weiß gerade nicht sicher, ob man nach dem Level geheilt wird. Aber just in case, dass es nicht so ist. Eigentlich wäre es nicht nötig, bin ich ganz ehrlich. Du kriegst genügend Essen. Du brauchst nicht nach dem Level nochmal geheilt werden. Aber es waren die Bonusaufgaben. Ohne getroffen... Ja, der eine, der mich getroffen hat. Und für den muss das ganze Level nochmal spielen. Und dann weißt du auch nicht mal, ob du das zusätzliche Ding da hast. Obwohl du es vielleicht beim Geschafft hast. Nee, warte. Ich glaube, dann würdest du es bekommen, wenn du es geschafft hast. Ja gut, dann halt nur nochmal zwei, weil du die es die fehlen. Wie gesagt, ich scheiße jetzt auch drauf. Oh, ich brauche 23. Ich habe... Ich glaube, vorneweg das Doppelte, wenn ich das 3 habe sogar. Kann ich das irgendwo sehen? Bestimmt. Oh, war der Boss im Trailer? Ich weiß es gerade gar nicht. Wie viel habe ich? 23. Jetzt lass mich doch endlich nachgucken, wie viel Scheiß waddel die ich abspielt. Meine Fräse. Habe ich jetzt? Ja. 180. Aber so ganz knapp reicht. Ich drücke da nochmal ein Auge zu. Dann reicht es. 23 braurig. Wie kannst du denn... Kann man überhaupt den Zeitpunkt nicht 23 haben? Du kriegst ja jedes Mal, wenn du ein Level gemacht hast. Du musst die Level ja machen, um hierher zu kommen. Ist das wirklich sinnvoll? Oder ist das so, finde mindestens einen? Aber man wird nicht voll geil auf den Level. Okay. Wir hätten nämlich jetzt ehrlich gesagt schon nicht mehr drauf geachtet. Das habe ich gerade wegen der Maxi-Tomate gesehen. Ich guckte, ob es mir überhaupt was bringt. Was will ich? Ich habe vergessen, um mehr Eis aus... mehr Eis zu verstärken, ne? Wobei, wir sind ein Eis-Boss, ne? Warum sollten wir Eis mit Eis bekämpfen? Nehmen wir den Drachen. Verbrennen wir den Boss jetzt. Das ist jetzt so ein Dark Souls-Moment mit diesem Kirby-Mittly-Kopf da. In diesem alten Schloss hier. Da sind alle die Käfige. Da kann ich nicht rein. Das sieht aber auch stark danach aus. Das ist halt wirklich... Oder das eine Königreich und Mario Odyssey. Das auch alle Dark Souls nennen. Ist das DDD? Das ist DDD! Mensch. Long time no see. Ich meine natürlich, wer ist diese mysteriöse Gestalt? Oh, wer könnte das nur sein? Den Boss habe ich ja noch nie gesehen. Königlicher Erzfeind. König DDD. Er hat sich ein bisschen mitgeben lassen, ne? Machst du irgendwie so eine Leben in der Wildnis-Challenge oder was? Ich darf bestimmt nicht getroffen werden, ne? Aber er hat bestimmt noch andere Fragen. Du bist nicht Bowser aus Mario 64, Mann. Damit ist mein No-Hit-Band schon mal gestorben. Nee, nee. Okay, das wollen wir nicht machen. Nein! Quatsch. Feuer, solltet ihr euch haben? Ich hätte das andere aussprechen wollen. Du bist nicht Bowser aus Mario 64! Lass dich scheiße! Warum macht das jeder 3D-Jump-in-Boss? Weil das Bowser aus Mario 64 macht. Das ist mir auch klar, dass das nicht so gut ist. Ah, Gott! So viel ist also an der Seite zu stehen von dem Hammer. Kein sehr gutes Gefühl. Ganz ehrlich. Irgendwie mag ich die andere Seite lieber. Ich mag es jetzt eher in mein Feuer die ganze Zeit. Was für ein Blut. Ja! Jetzt ist es richtig Dark Souls. Sehr schön. Das ist das Dark Souls, der Kirby spielt. Sollte ich nicht da draufstehe, ne? Ja. Hui! Ja, aber die Phase ist auch jetzt schon einfach. Aber wenn es nicht so ist... Ah, ich sollte... Ich sollte vielleicht erst mal die Schnauze halten. Und warten, bis ich ihn besiegt habe. Auf! Okay, macht es jetzt zweimal. Gut. Jetzt hat er mich erwischt. Was? Was? Er hatte doch gerade noch voll viel Leben. Oder habe ich jetzt gepennt? Oder hat er eine zweite Phase? Kann ich die Idee, dich fressen? Ich bin einfach so, um uns zu blocken. Als ob ich jemals geblockt habe mit dem Spiel. Tu mal nicht so. Eine Minute dreißig. Okay, schnell bei. Okay, du hast Glück, dass ich dich nicht fressen kann. Dann nehmen wir das mal mit. Suchbombe. Warum gibst du mir die Bombe? Oh mein Gott, eine Zielsuche und eine Bombe. Die ist bestimmt auch cool. Ich muss wieder die Challenges machen. Ich muss die ganzen Sachen freischalten. Am Anfang bekommt man gar nichts. Und jetzt bekommt man zu viel. Ich mag es, wie die Idee gerade im Hintergrund wieder aufsteht. Ich gehe ja schon. Meine Güte. Warte. Was macht der da? Ich freue mich jetzt nicht weiter zu drücken. Okay, das hätte funktioniert. Ich wollte ja den Trafen haben und gucken. Aber das ist jetzt wahrscheinlich auch wieder ohne Schaden zu nehmen oder sowas. Ja, kannst du behalten. Die will ich eh nicht. Die ist wahrscheinlich böse. Weg damit. Reue ich nicht mehr. Das wie nervt mich eh nur. Behalts. Yeah. Ich bin zwei Probleme losgeworden. König DDD und A4. Wie, glaube ich, hieß sie. Elflinger. Oder war das eine der englischen Namen oder der deutsche Name. Oh, sehr schön. Hände ich ja sie weg. Toll, dass das Spiel deutlich besser geworden ist. Ach, da hinten ist noch eine Insel. Ah, Wüste. Aber du musst doch eigentlich an zweiter Stelle sein. Du bist doch die Wüste. Ah, das ist eine Wüste, die mal im Meer war. Also ein Doppel-E. Nicht E-H. Wobei das andere auch schon. Elfin heißt sie. Okay. Eins von beiden werde ich tun. Es ist nicht, sie zu retten. Das ist definitiv nicht. Kontinente ankommt. Jetzt habe ich gepennt. Oh. Was hatte ich davor gesagt? Das Namen. Das war Brot und Insel. Ich glaube, die Inselnamen sind unabhängig davon. Moment. Das war, glaube ich, New irgendwas. New Ways hatte ich, glaube ich, überlegt. Ja, N. N, E. N, E, W. Bin das bei mir? N, E, W. New, W. Oder New World. Das war, glaube ich, ein O jetzt. Aber World müsste es noch ein paar Welten mehr geben, ne? W, O, R, D. Drei Welten müsste es dann noch geben. Das könnte sogar noch hinkommen. Wenn es noch irgendwie eine Bonuswelt gibt oder sowas. Roll, Kirby, Roll. Ja, ich habe zwei Korbots. Nicht weiß. Und was ist mit dir los? Was ist dein Problem? Nö, ich mache jetzt... Nee, also, die will ich nicht retten. Nee. Für mich ist die Welt jetzt ein besserer Ort. Ich mag sie nicht. Und ich denke immer noch, dass sie böse ist. Es gibt also nur Gewinner, wenn wir sie da lassen. Irgendwas hat sie jetzt noch neu aufgemacht. Ich habe aber gewinnt. Warte, nicht? Nee, ich dachte, ich kann sie ihm irgendwie noch versauen. Aber leider nicht. Ich glaube, das hat irgendwann... Achso, Roll, Kirby, Roll. Stimmt, das war es. Wo ist das denn? Oh, nee, das ist die Arena. Die werde ich jetzt, glaube ich, auch durch. Wenn ich das nicht bestimmt noch habe. Äh... Äh... Äh, ja. Und so, ne? Was ist das Ding denn? Hört man den Helikopter gerade? Ich fürchte fast ja. Er fliegt aber auch genau hier rüber. Das hat man jetzt ziemlich sicher gehört. Ich entschuldige mich dafür. Ich kann aber auch nichts dafür, wo der lang ist. Ich kann doch wissen, das ist mir nicht viel jetzt. Da oben? Nee, das war der Shop. Ach nee, daneben direkt. Ah, jetzt sieh ich's. Okay. War das permanent oder was denn fair? Ach so, das habe ich sogar ausgerüstet. Ach so, ich habe mehr KP. Warum habe ich mehr KP? Ich habe hier mal halt und mehr Rift. Das ist Roll, Kirby, Roll. Oh Gott, nein. 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 Nein, 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 nein. Das ist Crap of the Wild. Dieses Einer-Scheiß-Stunge oder zwei. Ja, ich will das nicht machen. Oh Gott, nein. Nein. Ach, ich will sowas nicht machen. Das ist ja cool, dass die Switch sowas kann. Dass du die Dinge jetzt nicht mehr praktisch kaufen musst. Aber du kannst ja nicht mal einen Speedrun machen. Du kannst also die Dinge nicht einfach mal flippen und schon hast es. So, jetzt das Ende ist nur das einzige großknappisch. Ich weiß auch, dass... Das kostet mich buchstäblich eine Münze zum Spielen. Das ist halt nichts. Das war das, das habe ich in Beauf der Wild so angekotzt. Ich habe versucht, mit der Unterseite es zu machen. Ich habe es dann auch irgendwie mit einer Mischung aus hinfliegen und Unterseite, glaube ich, und sonst irgendwie gemacht. Ich habe es nicht so gelöst, wie es gedacht war. Machen wir es doch. Passen wir es doch kurz. Nein. Ach, komm schon. So ein Fick muss man aber auch erst mal sein. Mach das mal nach so. Da rauf zu landen, dann über das Ding zu fahren, dann trotzdem noch an die Seite rauszufallen. So verkacken muss man es auch erst mal. Dafür bin ich halt jetzt den Rest umso schneller. Ja. Ja. 30. Was machst du jeden Verlust, Junge, damit? Es gibt auch nur das eine, scheinbar. Das reicht mir nämlich auch. Das reicht mir jetzt auch für immer. Ach, roll doch auf. Nein, will ich nicht. Nein, ich will das nicht machen. Warum soll ich mich jetzt mit so einem Kack ärgern, wenn ich einfach das Jump'n' One spielen kann? Wenn ich das eigentlich nicht so ein Spiel spielen kann, warum soll ich so einen Glödsinn dann machen? Dein Ernst, warum sollte ich? Jetzt geht es wie nur drei, war der dies. Der könnte größer. Ich habe schon wieder nicht die Ausrüstung gemacht, ne? Ich mache es mir aber auch schwieriger, als es ist. Ja, nicht wirklich. Oh, ihr habt jetzt... Ich habe jetzt eine neue Form oder so. Ihr seid haariger. Ja, der hat mir der Knall. Aber dem bin ich noch ein bisschen vorsichtig. Sonst brauche ich dann wieder neu. Die Stange fressen. Nicht, wie ich es erwartet hatte. Aber okay, dann halt nicht. Dann verbrenne ich es halt. Ich frage mich, wie gebraten die Stange schmeckt. Ah, okay, ich muss wieder drei Gruppsspitter sammeln. Okay, verstehe. Also da sagt mir die Stille, ich soll rechts lang. Oder hätte ich vielleicht... Deswegen bist du also schon wieder gespawnt, verstehe. Ja, gerade Kirby. Ich stimme mir meine Streaming-Service illegal. Ah, ich bin so ein Pirat. Und fertig bin ich sowieso. Okay, jetzt treibe ich den Zielen. Und bleibe ich beim Piraten. Ah, okay, jeden Kampf was gut verstehe. Und treibe ich das Stück. Wahrscheinlich ist das irgendwie für so eine super Belohnung. Wenn ich alle sammeln muss. Wir sind aber ganz schön schwanger. Wir sind das ganze Ding dafür, ne? Muss man halt auch dazu sagen. Distanz kann natürlich nicht so overpowered sein. Die Kirby sind an sich schon overpowered genug. Bis das angeht. Nochmal reinverspült. Hier hinten noch irgendwas. Irgendein Punkt kann man einfach wahrscheinlich in die ganze Wüste laufen. Für eine halbe Stunde. Und da ist dann ein Secret versteckt. Jetzt sind wir den zurückgelassen. Oh, der Arme wurde zurückgelassen. Was für ein Loser. Er hat bestimmt seine Gründe. Wahrscheinlich ist er einfach ein Arschloch gewesen. Wahrscheinlich mochte ihn keiner. Er hat sich gefreut. Oh, ja, endlich hat euch jemand gefunden. Endlich kommt Rettung. Und er wird umgebracht. Ich meine, es beendet zumindest sein Leiden, ne? Auch was Gutes. Vielleicht. Wenn ich mir das lange genug einrede, schlusses vielleicht war. Hä? Fehlt irgendwo eine Fahne. Achso. Äh. Ein Blut. Ein Blut. Das ist das Wort. Äh, ist das im Wort, dass ich es suchen tue. Jutidutidu. Das sieht so Derby aus wie Kirby durch. Oh, hinter mir hinterlasse ich eine Spule der Zerstörung. Und vor mir auch. Die Dinger waren hier Millionen von Jahren und jetzt wo Kirby durchdruckt geht alles kaputt. Ziem slidit. Warte, das Spiel lockt mir hier ein bisschen zu sehr in die Richtung. Das ist mir gerade hier etwas wie... Ja. Na gut, aber scheinbar ist hier sonst nichts. Ich weiß nicht, ich würde ja gerne wegpusten, aber ich habe das Pusteding nicht mehr. Das muss ich ja unten lassen. Hä? Wenn ich ein Pusteding wäre. So will ich mich verstecken. Vielleicht hat mir keiner gleich nicht mehrere an gesehen. Das wäre sonst noch ganz cool. So ist die Person ja wirklich sehr langsam. Und da man immer stehen bleibt, weiß ich nicht, ob das die Fähigkeit ist, die ich will. Alles fällt kaputt, sobald ich entlang laufe. Da geht noch mal viel Blumen. Wahrscheinlich ist das... Das würde ich noch viel Ding... Ne, das macht gar nichts. Das macht mir gar nichts. Auch schön. Ich finde gerade zu wenig... Warum brauche ich hier VLC-Media-Player? Ich habe keinen VLC-Media-Player. Oder kannst du da rauffallen? Kann ich dich umschubsen? Okay, warte. Also da hinten ist Wind. Hier vorne brauche ich Wind. Dann nimm mal Wind mit. Genau, jetzt fällt das Ding um. Und ich habe hier noch mal eine Kiste. Okay, das ist nur eine Kapsel. Aber das ist jetzt wahrscheinlich da auch aufgefallen. Und da ist es jetzt wahrscheinlich offen, ne? Ne? Ja, genau. Und da ist der dritte Raterlin. Ah, der zweite. Okay, ich habe doch gesagt, ich habe vorher was über den. Was dem Wind schon überlebt ist. Aber wenn ich da mit meinen Füßen lang krabble, das ist zu viel. So, fällt du auch mal um. Dankeschön. Nee, das ist wahrscheinlich der dritte Raterlin. Oh, unser Alamander! Hallo! Nein! Mano, ich dachte mir nicht, ein tödliches Schild ist erschienen oder so. Jetzt weißt du dem Spiel halt wirklich nicht, was du umbringen sollst und was nicht. Warum ist das jetzt schon viel eher umgefallen als alle anderen? Was soll das denn? Äh, oh mein. So, dritter Raterlin. Und nochmal Geld mit mir. Guck, 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 guck. Tue ich hier jetzt dran, ne? Ich bin zu dick, ne? Aber ich komme da raus. Gerade so. So Millimeter an Millimeter. Kirby Scheuer hat es schon so ein bisschen an der Seite, aber jetzt macht die Mix. Sehr schön glimmeres mitgemacht. Das habe ich noch. Das hier irgendwie noch wird. Wenn wir uns dann drauf und hier wegmachen, ich glaube nicht. Na gut. Gott, ihr bietet euch aber auch zu sehr an, dass man euch einfach alle mit einem Bang in einem Endwinsschluss da getötet. Ich kann sprechen. Nur kurz blöder. Ich habe das Gefühl, ich habe die Hälfte in diesem Level übersehen. Oh, hier ist ein Schloss. Oh, das ist ein Hotel? Das ist ein verlassenes Hotel hier? Ich habe nicht ein anderes Ziel gefunden. Mann, ich bin echt blind. Irgendwie, aber egal. Und was ist das Geheime? Verdiener. Ist das nicht der Schwan, der die Windfähigkeit gibt? Ich glaube ja. Wo war die denn? Wahrscheinlich bei den anderen zwei Zielen. Ich glaube, das ist eigentlich der Kämmer doch noch geil. Aber doch, den Kämmer schon. Den Kämmer. Den Wassertank Kämmer. Dafür, dass ich nur eine Stunde streamen, habe ich heute eigentlich schon ganz schön viel geschafft. Suche nach... Oh, das ist so ein verlassenes Hotel hier. Das ist ziemlich cool. Was haben wir hier? Das ist wahrscheinlich das Außengelände. Hier ist das Main-Gebäude. Und hier ist dann schon der Boss. Was ist denn dahinter? Ist das so ein Dschungel mäßig oder was? Das ist ein cooler Dschungel. Ah, meine Übersicht, was mir alles fehlt. Sehr schön, Ratschen noch unter die Nase spielen. Nein, ich... Wobei eigentlich... So weit weg war es eigentlich gar nicht. Äh, genau. Bevor ich es diesmal wieder vergesse. Hier rein wollte ich. Wollen wir Eis oder wollen wir Bomben? Bomben habe ich halt schon mal verbessert, ne? Ich hätte auch gesagt, Eis kommt häufiger vor. Dann wiederum sind wir aus der Eiswelt jetzt bereits raus. Und Bomben ist eher das Combat-Ding. Gucken wir mal, was wir dafür jeweils brauchen. Drei. Drei. Das Geld ist ja nicht das Problem. Du brauchst vielleicht nur eins, ne? Das wäre jetzt... Das war so verfick nochmal klar. Wenn wir jetzt erst mal das angucken. Ich hole mir das andere auch gleich. Indem ich nochmal ein so Ding mache. Und dann, bevor ich das nächste Mal... Wenn ich das nächste Mal so viel wieder starte, mache ich halt erst mal nur eine halbe Stunde diese ganzen Sternteile, Splitter holen. Oh, das ist einfach nur ein... Oh, das ist niedlich. Oh, das ist so ein 1-Wutel-Mail-Head-in-Time. Oh, das ist niedlich. Hui! Oh, der hat sogar die Popo. Oh, wie süß. Und das Eis? Oh, er macht da mit. Oh Gott. Die sind im Weg... Ah, ich kann sie kaputt machen. Und ich kann die Floy... Okay, das ist... Das ist huge. Guck dir das jetzt mal an. Ich kann mir... Ich kann mir eine eigene Armee bauen. Warum kann der Typ das eigentlich nicht? Ich habe auch den Spro-Rapgegrader. Das habe ich auch schon wieder vergessen. Ich habe schon sehr viele eigentlich. Das ist, glaube ich, keiner mehr auf Level 0, außer das Eis gewesen, ne? Ah, okay. Schlaf. Aber schlaf sehe ich nochmal ein bisschen separat. Ich habe auch mal nicht gehört, dass ich das upgraden kann. Alarangaben ohne Gewehr. Ich mache jetzt wahrscheinlich ein so Ding und dann muss ich eh... Äh, ne. Äh... Wie kam ich denn die... 4 oder nur. Weil ich will die Bomben haben. Ich will die besseren Bomben haben. Ich kann sie ehrlich. Kann ich die eigentlich auf der Karte sehen? Ah, Moment, 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 Moment. Ah, perfekt. Hier habe ich alle abgeschlossen. Hier fehlt mir noch einer. Mensch, was ein Zufall. Äh, wenn ich jetzt noch was tun will. Wenn ich das ja nicht so verstehe. Ah, hier. Was ist das? Ringstopfer? Oder was? VLC Media Player? Wenn ich es richtig gesehen habe. Und wenn ich es nicht richtig gesehen habe, ist das auch... Ach, ne. Rollen und springen. Okay. Ne, dann habe ich es falsch geguckt. Also, buchstäblich nur Time. Soll ich die kaputt machen oder nicht? Also, scheinbar soll ich die kaputt machen. Ah, fuck. Das macht mir nicht mal schade. Also, das macht mir schade. Das ändert mich mal großartig was. Aber hier hast du ja eine sehr stark vorgeschriebene Zeit, die du schaffen kannst. Also, hier werden die besten Seiten alle in einem ähnlichen Rahmen sein. Nicht mal stark davon raus, weil du es halt einfach ziemlich perfekt machen kannst. Außer du am Anfang im Einsaugen. Aber ansonsten... Ach, fuck. Ach, fuck. Nein! Als seite, du machst das so wie ich, ne? Ey! Ey, komm, der eine Scheißsprung jetzt. Kirby macht mir den Sprung jetzt richtig. Danke. Oh Gott. Das wird... Nein! Ach, fuck, ich bin tot. Nee. Noch nicht, aber ich muss den Sprung nochmal schaffen. Ach, fuck. Tö, tö, tö. Machen wir halt nochmal. Also, der kann es ja nur optimieren hier vorne beim Einsaugen. Wenn überhaupt. So wirklich kannst du ja auch nicht optimieren. Da hast du aber auch nicht mehr als 3-4 Fehler, die du machen darfst. Ich meine, der Anfang ist geschenkt. Aber... Wird ja fast schon schneller gehen, wenn du am Anfang gleich wartest und dann mit den Gegnern ausweist. Zumal nicht mehr davon. Wenn das so klappt, wie ich mir das denke. Ich glaube aber nicht, dass das so klappt. Ah, das war zu früh. Ah, nein, das war gut. Ah, ich bin aber doof. Ach, fuck. Aber ich hätte dann einfach gleich sterben sollen. Ah, ich das Ding nicht erwischt habe. Verdammte. Ich habe mit dieser Stelle echt Probleme. Aber auch nur mit der irgendwie. Nein! Ich bin so blöd. Oh, doch, ich bin so blöd. Jetzt schaffst du es und es reicht von der Zeit nicht mehr, ne? Oh, es hätte mich nicht gewohnt, wenn es jetzt an der Zeit gescheitert wäre. Du darfst du zweimal verkacken. Ja, die 40 kriegst du, wenn du es nicht verkackst, ne? Ja. Oh Gott. Ich starte hier noch mal die ganze Zeit meinen Backlog an. Alle rein physikalischen Spielen, die ich hier habe. Die ich alle noch spielen will. Das kann alles selber noch dauern. Ich weiß halt auch nicht, wie hundertprozentig die spielen will. Das sind nur die für Playstation, die hier liegen. Und das sind nicht mal alle. Und einmal das Spider-Man-Spiel noch, die gibt es ja noch. Äh, genau. Wo wollte ich mich erholen? Und ich bin hier... Und ich hänge jetzt quasi noch bei Kirby. Und ich habe noch diverse andere Sachen, die ich auch noch spielen wollte. Auch noch für die Switch. Wo ich hinsehe, sehe Spiele, die ich streamen will. Weil ich viel zu lange es nicht hingekriegt habe. Zumindest, weil ich habe es nicht fixen können, weil ich behaupte, es ging nicht zu fixen. Das ist ein Traum, oder? Okay. Musik ist so dramatisch. Ich denke mir so, ja, was macht es denn? Und so spektakulär sieht jetzt der Hut schon mal nicht aus. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott, ja. Oh mein Gott, die läuft hier immer noch rum. Oh mein Gott, das ist die OP. Findet ihr die, die finden sie. Wenn ich halt nicht so stark zu sein habe. Verteil die auf der Map, die finden von selber. Oh mein Gott, die ist... Die ist heavy. Die ist heavy. Das ist einiges. Ich bin halt sogar am überlegen, ob ich mit Curvy kurz Pause mache. Weil ich habe noch ein anderes Spiel, das mir halt unter den Nägeln massiv bringt. Das habe ich am Release Day geholt. Beziehungsweise, ich habe am Release Day zufällig, oder einen Tag davor zu viel nachgeguckt und dann wurde der Switch Release nochmal verschoben. Oder irgendwie so, ich weiß jetzt auch nicht mehr genau. Und eigentlich brennt es mir unter den Nägeln, das zu spielen. Eigentlich. Und Curvy fühlt sich gerade so ein bisschen wie ein Projekt an, was ich abarbeite. Es macht Spaß, das möchte ich nicht sagen. Aber bei dem anderen, weil ich halt noch alles hier habe. Ich meine, sonst will ich das andere spielen und... Keine Ahnung, dann spiele ich Schwertschlund Klänge und dann fühlt sich das wie ein Projekt an, das ich abarbeite. Ich kann auch dann in jeder Zeit spielen, was ich... Oh mein Gott, das ist... Die spielen das Level für mich hier. Ich muss nur einen Moment warten, bis sie sich aktivieren können. Und danach, sie suchen ja auch noch alles. Und die verbinden sich selber. Ey, ich brauche nie wieder kämpfen mit den Dingern. Wenn du die zum Freund hast, hast du keine Feinde. Was ist das für ein Schleim hier? Das hat wahrscheinlich irgendwas mit dem Boss zu tun, ne? Alter, die sind geil. Die gefallen mir. Die gefallen mir wirklich sehr, sehr gut. Die können dann haben sogar einen eigenen Schwimmreif. Oh mein Gott, sind die cool. Oh mein Gott, ich liebe sie. Ich will da rein. Ich habe gesehen, dass da was ist, aber ich weiß nicht, wie ich da reinkomme. Die haben sogar einen eigenen Schwimmreif, wenn die ins Wasser wirft. Oh, welche Entwickler hat daran gedacht? Der wird befördert. Wahrscheinlich derjenige, der die Bomben im Wasser getestet hat. Und ich dann dachte, ja gut, was soll ich machen? Sollen die kaputt gehen oder sollen die auch weiter schwimmen können, ja? Dann sagt sie, einer, dass er weiter schwimmen ist. Oh, guck mal, hier ist auch ein Gecko. Ich will irgendwas mit den Geckos machen. Wenn der Commander ist da. Oh, du hast hier aber auch tropisch, ne? Der sieht schön aus. Ja, hallo. Hallo. Äh, ich bin doch auch irgendwie linken. Moment, rechts. Irgendwie hätte ich doch auch... Ja, hallo. Ja, hallo. Freut mich auch, dich zu sehen. Ja, ja, schön hier, ne? Ne? Die Nachbarn. Nett, dass man die auch mal wieder trifft. Ah, der chillt hier. Eine Wassermelone und eine Honigmelone. Und eine hässliche Melone. Nintendo weiß, was sie hier tun. Und Geld. Jede Menge Geld. Das ist ja noch deutscher. Mit Handtücher auf den Blieben. Das wäre Geld auf die Blieben zu legen. Los, das geht kaputt. Ah, da ist auch noch Geld drin. Na gut. Ah, dann setzen wir uns jetzt auch mal hier und machen hier Urlaub. Und wir gehen wieder auf. Nein, ich will meine Bomben behalten. Sobald sie gerne jetzt hier auch schlafen würde. Aber ich will die Bomben behalten. Hier gibt es wahrscheinlich sonst nicht im Bett. Ich wollte gerade, sie sind aber ganz schön blöd, wenn sie die nicht binden. Warum ist das Wasser so okay? Okay, der spawnt wieder, obwohl er schläft. Ne. Ah, ich werde das so hart bereuen. Aber okay. Wenn der mir hier schon auch so das zum Schlafen anzeigt. Ja, ja, okay. Steh auf, Kirby. Dann kriegst du das noch. Oh, hat geklappt. Ich habe schon gedacht, vielleicht gibt es dafür irgendwas. Ich war mir unsicher. Aber es hat, meine Bemühungen wurden belohnt. Es verrät halt schon dadurch, dass der Gegner wieder spawnt. Nur zurückgehen darf man den Levels leider nicht. Das ist irgendwie schade. Oh Gott, bist du hässlich. Äh, warte, 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 nein, 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 das ist so eine Redensarte, wo ich... Nehm es doch nicht persönlich, meine Güte. Okay, wir haben also einen Schleimer. Los. Okay, dann kann ich hier nicht schaden machen. Der sieht so aus, als würde er sich auflösen, sobald er im Wasser landet. Ah, da ist noch eine, da haben wir jetzt noch eine Nuss, die mache ich mal auch. Da ist nochmal so ein Gebäck. Donut. Sieht aus wie eins von diesen Brötchen, wo mehrere Brötchensorten drin sind, aber gleichzeitig war es ein Donut. Oder jemand hat schon die Mitte rausgegessen. Nuss, finden und zerstören. Seek and destroy, seek and destroy. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, das ist so furchtig. Ich betreide einfach meine Armee an Bomben hier überall. Am Anfang mochte ich die Bombe nicht mehr unbedingt. Das heißt, ich mochte die nicht. Ich dachte mir halt, ne, das Schwert ist deutlich besser und so. Aber jetzt... Oh, ich weiß nicht. Das Schwert hat auch gut, das möchte ich ja gar nicht sagen. Aber jetzt sind die Bomben definitiv mit dem Argument Fernkampf deutlich stärker. Aber wenn das Ding jetzt auch noch eingesammelt hätte für mich, das wäre ja noch besser. Aber die Blumen und was das nimmt, nehmen die Fähigkeiten alle auf. Das war sehr gut. Also wenn die Aufgabe irgendwo ist, tötete 25 Gegner oder sonst irgendwie was. Das schaffe ich jetzt relativ einfach. Weil tötete alle Gegner in dem und dem Gebiet. Und die Bomben haben die beiden auch von hinten weg, obwohl ich nicht getroffen habe. Sehr schön für die Kinder. Ja, die Bomben haben die sogar von vorn noch mal. Kann ich bestimmt irgendwie kaputt machen, ne? Frage ist halt nur, wie. Ich hätte hier irgendwie Wasser auf dich lassen. Irgendwie so muss das doch gehen. Ach, das Spiel hat sich übrigens vorher angesprochen, weil ich glaube, es nicht gesagt hat, es ist Coromon. Warte, 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 wieder eine E месте. Okay, ich hätte es gesagt, da kommt Wasser raus. Aber okay, da ist nur Leiter drin. Hier ist besser. Wecher Marsch! hier ist muss bestimmt super angenehm sein es stimmt hier warm ist aber trotzdem ist da wasser das klingt paradiesig warm ist es in deutschland auch moment 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 spiel spiel momente mal können wir moment spiel du gehst mir gerade etwas ich will das level warte spiel ich glaube schließt mich gerade bald ich wollte das level noch nicht beenden jetzt hier glaube ich bin gerade viel zu weit gegangen oder ich dachte ich habe einen bonusbereich gefunden aber ich glaube ich brauche einen regulären weg gerade was war denn dann da wohin bringst du mich wohin bringst du mich genau hier okay perfekt ja ich habe halt da unten jetzt im weg die bombe rollt quasi da rein und hier unter da der halt mehr nach secret aussieht würde ich eher mit dem anfangen wollen und hier oben ist halt auch noch mal die tür aber es könnte vielleicht die sein dass das einmal im kreis geht ich merke es einfach nicht man könnte ja voll einfach münzen fahren oder verliert man die wenn man den schnitt zurück setzt wahrscheinlich verliert man die und ich habe einfach nicht darauf geachtet wenn sie warte die habe ich auch verloren daher verliebt man die sachen scheinbar dann wenden wir es jetzt nicht weg gehen machen sich wieder zurück ich habe drei türen gesehen und keine sind die rechte andere alle bringe ich vielleicht hier hin wenn ich überhaupt nehmen kann so hoch komme ich noch nicht da ist wieder das viel der frosch oder was das sein was ist hier achso ich brüchte einmal das war jetzt natürlich sehr schlau von mir sein spawnpunkt ist wahrscheinlich jetzt gerade von dem schleim bedeckt ich glaube mal ein bisschen weiter vielleicht aber und dann wieder ja warum bräuchte ach da oben ist noch einer noch ein beschenken knochen okay ich kann ihn wirklich mit wasser besiegen und hier muss mich dann durchgraben mit dem maulwurf und mit dem vielleicht stimmt in dem fall der jetzige hallo bin noch mal wieder unten wenn du mich es wuchst ja gut das war jetzt weil wir sie vergeben eine liebensmine kann ich damit okay war ein versuch wert es war ein versuch wert meine das ist ja eigentlich oben drauf warum sollte es das wasser das warum sollte dieser stein der oben drauf ist auch die untergrund betreffend das sein Prozent um nicht hier ich glaube hier geht es weiter es sieht mir sehr stark noch weiter aus welchen Kürbis und damit bestimmt nach Jahr von Leide Leiden Opfer 2er von der um oben wahrscheinlich auch noch ausschalten. So. Und jetzt mache ich mal alles nass. Kirby ist ganz schön feucht. Da war das Konflikte und das ist da wirklich der ist nicht mehr. Dann halt nicht. Wollte schon nix sein. Das Risiko bin ich jetzt mal gewöhnt einzufliehen. Achso, damit man zurück kann. Falls man die Fähigkeit verlieren, Leute. Clever. Gut mitgedacht. Ne. Ach, Freikorpschart. Okay. Dann müssen wir uns die wahrscheinlich wieder sammeln. Wahrscheinlich immer im letzten in dem Sinne, ne? Ich versuche trotzdem mal alles mitzunehmen. Einfach weiß kein. Ja. Wäre ich das jetzt auch nicht. Das ist ja doch ein Kirby-Spiel, ne? Ich glaube, das soll auch nicht so schwer sein. Vielleicht ganz am Ende. Am Ende darf Kirby schwer sein. Wobei ich da bei Kirby, bei Schwierigkeiten bei Kirby halt nie weiß, ist das schwer, weil das wirklich schwer ist? Oder ist es... Aua. Oder ist es schwer, weil man einfach die ganze Zeit nichts anderes gewohnt war, als das Spiel zu einfach. Und es ist dann nur normal schwer, wie jedes andere Spiel. Aber weil man halt vorher 20 Stunden so verwöhnt wurde mit leichten Gameplay, das einen kaum was anhaben kann und sonst noch. Ich kann mir beides vorstellen. Oh, jetzt ist hier einfach nur so ein kleiner. Aber komm, der darf leben. Der... Das ist der Nachfolger. Das ist der Sohle-Mann oder so. Der wollte Künstler werden. Weil der Vater war dagegen und der Vater ist jetzt tot. Das ist natürlich auch eine Lösung für das Problem. Deswegen kann er uns vielleicht noch immer keine Ahnung von Kunst, aber trotzdem. Warum ist das Klischee eigentlich immer anders von, dass das Kind irgendwas Kreatives machen wird? Warum ist es nie... Oh, du willst du nicht Musikinstrument werden? Und dann... Nein, Mutter! Ich möchte Aktienunternehmer werden. Warum ist das nie so rum? Das wäre viel lustiger. Ich meine, ich verstehe, warum das nicht so rum ist. Weil es ist immer noch ein Klischee, das ist auf der Realität basiert irgendwo. Das ist ein gewissen Grad zumindest. Ich habe auch Infektionen und gucke ich jetzt nicht, wo das so... Vielleicht am ehesten noch Atom ist faul, könnte man zählen. Weil der Sohle jetzt auch nicht sagt. Aber ich mag es nicht, ich habe mit den Armen in der Sohle, das ist süß. Aber hier ist noch ein Pool. Und noch mal was an die Dome. Verschwindet aus meinem Pool, ihr blöden Viecher. Warum hauen die Rahmen eigentlich nicht ab, wenn sie mich sehen? Gucken ja richtig immer nur in meine Richtung und warten. Ich weiß jetzt nicht, ob ich alles gefunden habe, aber ich würde fast sogar denken, ja. Achso, das war das Level. Okay. Wopster. Shit. Die passt das eigentlich in die Kapsel. Die Photoband war neu. Von die erinnere ich mich, die war super. Ja, ich habe tatsächlich alles gefunden. Nice. Ist die Welt kleiner, die anderen melden man glaube ich größer. Das hat jetzt nur drei, vier, drei Level plus Boss, wenn ich das jetzt richtig sehe. Hier eins, zwei, drei und Boss. Das sei denn, in gute Hürde, hier könnte man ein Level sein, nun vielleicht doch vier. Das habe ich dann in die Figuren gezeigt lassen. Oh Gott, das ist ja schon einiges. Aber hier noch nicht. In Serie 1 habe ich auch noch nicht alles. Der Streber, hier unten. Ja, hier unten sind wahrscheinlich die Bosse. Die habe ich glaube ich aufgestellt. Na gut. Oh, die Dinger sind so ekelhaft. Ich hasse die. Hätte ich einmal wirklich schon mal furchtbar geschmeckt. Und das müsste eigentlich auch gut gewesen sein, die waren teuer. Und in Frankreich. Und die haben trotzdem scheiße geschmeckt. Achso, ich bin im schweren Modus. Schade. Ich dachte, vielleicht kann ich es ja nochmal schwerer stellen. Das machen wir kurz aus. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, Ooh. ее早.